Einen wunderschönen guten Tag euch damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omzi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute in Wuppertal auf dem Add-on Wuppertal und fahren heute mal die Schwebebahnlinie. Die ist allerdings nicht die einzige Linie, die hier im Add-on enthalten ist. Wir haben auch noch ein paar Buslinien, die wir uns vielleicht jetzt mal die kommenden Tage mal anschauen werden. Denn mit enthalten ist halt zum einen hier die Schwebebahn und zum anderen, da können wir ganz kurz ein bisschen hier raus, wenn das alles nachlädt, zum anderen haben wir auch noch ein paar Busse, den C2 in der Gedenkbus-Variante. Einmal hier zu sehen, haben wir noch irgendwo den LE rumstehen, genau. Dann haben wir nochmal den C2 LE. Das ist der Kollege, das sind die Busse, die eben für die, lasst mich auch nicht lügen, 1, 2, 3, 4 Linien mitgeliefert sind. Und, ja, wir fahren jetzt erstmal Schwebebahn, weil das, glaube ich, so erstmal der Teil ist, der vielleicht mit am interessantesten ist. Wir stehen jetzt hier im Prinzip in, lassen mich schon nicht lügen, Oberbahnen, genau, in der Halle. Ich habe gerade den Kollegen abgelöst, der müsste jetzt, der war eben schon weg sein. Da fuhr jetzt gerade ein anderer Kollege rein, der steht jetzt, okay. Also hier werden die irgendwie gewendet, das ist natürlich eine schicke Sache. Wir stehen allerdings schon richtig, haha. Das heißt für uns, wir haben jetzt hier zum einen mal den Raw-Fahrer-Bereich der Bahn. Hier mit dem Hebel können wir halt beschleunigen, Türfreigabe haben wir da. Jetzt stellen wir dann gleich unser Ziel ein, wenn wir vorne sind. Und an John Stühlen haben wir da noch ein cooles Display, damit können wir auch ein bisschen was machen. Fahren 2 können wir hier, also überall, wo immer der Mauszeige zur Hand wird, können wir ein bisschen was machen. Ansonsten sieht man hier eben den Status der Türen, hier können wir ein bisschen Klima machen. Die Leute brauchen nicht so viel, glaube ich. Dann einmal, einmal für außen an den Haltestellen und für innen, damit wir die Fahrgäste sind, da können wir ein bisschen Licht machen. Apropos innen, das können wir uns gleich auch mal anschauen. Ach, wir haben schon Fahrt, dann ist es, glaube ich, vielleicht mal besser, wenn wir, genau, vielleicht auch mal vorziehen, wenn uns das, das Add-on schon so vorschlägt. Da kann man nämlich vorne richtig schildern. So. Vorsichtig ans Haar vorfahren. Das mit dem Bremsen ist ein bisschen wenig komplex, aber irgendwie passt das schon. So, da ist rot, das ist aber okay. Klar, und wie stehen wir? Fahren. An Abmelden. Ja, mal gucken, ob es passt. Try and Error. Bitte warten. Ziel wäre dann einmal hier, mal gucken, ob das funktioniert heute. Okay, es hat funktioniert, super. Ist nämlich manchmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen launisch gewesen heute. So, ihr dürft einmal einsteigen, je nachdem, wer so alles da ist. Das sind nicht ganz so viele, aber das wird sich, glaube ich, im Laufe der Fahrt noch ändern. Wir haben jetzt allerdings auch nicht wirklich so, ja, die Hauptverkehrszeit ist jetzt halt irgendwie kurz nach eins am Mittag, aber dann ist das, glaube ich, mit der Taktik nicht ganz so schlimm. So, das ist im Prinzip hier unsere Schwebebahn, eine recht moderne Ausführung. Und das können wir mal ganz kurz, da kommt jetzt mal die Gelegenheit, ein bisschen im Innenraum zu schauen. Da haben wir jetzt aber nicht so viele Sichten, ehrlich gesagt. Da können wir nur ein bisschen die Bahn wechseln, dann schauen wir einfach so ein bisschen durch. Das ist im Prinzip die Bahn oder vielleicht von außen. Ein bisschen hier rein, genau im Prinzip hier einmal das Gelenk. Die Innenanzeigen sind funktionsfähig und es sollen auch originale Ansagen mitgeliefert sein, wie ich mir habe sagen lassen. Und das kann man schön rausgucken. Das finde ich prinzipiell eine sehr schicke Sache. So, unsere Farplanlage sehen wir da. Wir haben jetzt, oh, nennt man das Verspätung. Das nennt man ohne Minus, nennt man das Verspätung. Und die haben wir. Das ist jetzt nicht ganz optimal. Bei dem relativ dichten Takt haben wir jetzt schon am Start eine Minute. Das ist toll. Ich habe das toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich. Hier ist keine Lücke. Nein, Werterbrücke. So, da haben wir die Ansagen. Ich habe mir gesagt, das sind die Originalen. Ich habe tatsächlich noch nicht das Vergnügen gehabt, einmal in so einer Schwebebahn zu sitzen. Ist allerdings bestimmt mal eine Sache, die es eigentlich vielleicht mal wert ist, mal zu machen. Aber die Ansagen soll auf jeden Fall auch so sein. Ist tatsächlich mal was anderes. Man wird wach, man wird darauf aufmerksam. Das kann man schon mal so sagen, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, schweben wir jetzt hier einfach mal ganz gemütlich. Hierüber, so wie ich das gesehen habe, in der Beta-Version war das bisher so, dass... Tag, Kollege. Ich kann jetzt hier nicht viel machen. Ich kann nicht viel bimmeln. Ich kann hier... Man kann so hornen, aber das ist irgendwie... Ich finde es irgendwie strange. Ich kann irgendwas erzählen. Ich habe es vergessen. Genau, in der Beta, soweit ich es gesehen habe, war das so, dass die Geschwindigkeit auf 30 kmh limitiert war. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, tatsächlich 40 kmh zu fahren. Was das Ganze so ein bisschen beschleunigt. Fahrzeit in etwa. Das werdet ihr dann Videolänge vielleicht einigermaßen sehen. Ein bisschen weiter nach vorne vielleicht. Fahrzeit so eine großzügige halbe Stunde. Je nach Verspätung vor allem auch. So, ein bisschen klein. Ihr könnt auch gerne einen Ticken weiter hinten einsteigen. Ja, haben wir alle, oder? Ich hoffe einfach mal. Ganz ehrlich, aber wer von ganz hinten nach ganz vorne läuft, nur um dort zu sitzen. Also ganz ehrlich, nee. Sehe ich überhaupt nicht ein. Soll nicht an der Tür einsteigen, wo man ist. Das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, in der Realität ist das genauso. Leute sind nicht mehr der Tür zufrieden, an der sie gerade stehen. Ich stehe alte Stille, kalter Quark. Ach nee, alter Mann. Genau. Und das verzögert das irgendwie immer immens. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ah ja. Auf jeden Fall schweben wir jetzt hier durchaus erstmal so, genau, grob über den gesamten Teil der Strecke. Das ist im Prinzip jetzt hier deklariert intern als Linie 60. Und, jo, was haben wir noch so schönes mit dabei? Noch ein paar andere Buslinien. Was ist denn da vorne? Da sehen wir da irgendwie, was wir da gerade haben. Ach so, wenn er natürlich die falsche Taste drückt, dann ist das natürlich doof. Okay, wir sind ein bisschen schneller als der Kollege. Dann machen wir auch multiple Buslinien. Das ist toll. Und wie gesagt, ein paar davon können wir auch fahren. Ein paar davon werden wir auch fahren. Und jetzt wollen wir erstmal hier halbwegs gemütlich einbremsen. Also da sehen wir schon, ist ein Ticken mehr los tatsächlich. Ich hoffe, das passt halbwegs mit dem Bremsen. Ich bin ein bisschen zu schnell. So, jetzt aber, ne? Wollen wir stehen bleiben? Ach guck mal, kriegen wir sogar schon grün. Haben wir sogar schon Abfahrt. Ach guck mal, haben wir die Zeit sogar schon wieder reingeholt. Das ist ganz gut. Das heißt, wir haben eigentlich auch Zeit auf diese... So, ich muss hier in der richtigen... Will das jetzt nicht immer gerendert? Oder wie sehe ich das jetzt? Okay. Ja gut, wer jetzt nicht will, der hat das schon gehabt. Da kann ich jetzt halt auch nichts dran ändern, ne? So ist es Leben. Lebenshart. Und wenn ich will, der hat schon gehabt, der bleibt dann halt irgendwie draußen stehen und wartet auf den Nächsten. Wenn ich als Fahrer eh nicht genehm bin, dann müssen sie halt auf den Nächsten warten. Nur weil ich etwas... Mücke, Mücke, Adler, Brücke. Nur weil ich vielleicht ein bisschen unkoordiniert und neu wirke, aber... Naja, ein Herz für Azubis. So. Genau, wir fahren das im Prinzip parallel. Erstmal so... Im Prinzip haben wir jetzt quasi zwei Buslinien abgefrühstückt, indem wir jetzt hier die Schwebebahn fahren. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir dann vielleicht morgen mal mit der 611 an. Das ist die, die nämlich auch teilweise mal Bereiche ohne den Schwebebahnteil fährt. Allerdings sieht man ja auch, würde ich sagen, von der Straßenperspektive da auch durchaus ein bisschen andere Bereiche, als wenn man jetzt hier nur über die, über den anderen Bereich schwebt. Also ich glaube, da kann man schon auch durchaus ein bisschen noch was entdecken. Ich weiß gar nicht, ob das Signal für uns war. Das kann natürlich sein. Sollte man vielleicht zukünftig ein bisschen drauf achten. Also da halte ich schon achtig drauf, aber haben wir Vorsignale oder so? Ich habe keine Ahnung, wo sind das Vorsignale? Ich habe jetzt im Handbuch tatsächlich auf die Schnelle nichts gefunden. Ich wollte da tatsächlich mal nachgucken. Das hat aber auch die Schwebebahn irgendwie interessanterweise nicht erklärt. Aber ich glaube, ich werde damit klarkommen. Also ganz kurz zu den Eckdaten. Release des Add-ons ist am Donnerstag in Klammern morgen, falls ihr das Video heute guckt. Also am 6. September, am Donnerstag, über Steam. Und genau, da kann man sich das dann angucken. Ihr seid alle schon drin, wie ihr wollt. Hoffentlich, dann werden wir hier weiterfahren. Wenn wir gemütlich dürfen, genau. Und ich kann es so schnell anfahren für die Leute. Das wubbelt auch mal ein bisschen. So, aber vorsichtig. Genauso wie es ist. Eine große Kreuznärte, das ist ein bisschen schade. Aber da hat man es sich halt ein bisschen einfach gemacht, auch wegen den Performancegründen. Also so großenteils muss ich sagen, Map-Bau-Technisch sind wir jetzt irgendwie noch keine allzu großen Patzer. Das hätte ich aufgefallen, was mir schon mal ganz gut gefällt. Gucken wir mal, wie es jetzt im restlichen Verlauf so aussieht. Natürlich ist es auch immer ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt so von oben aus auch noch so zu gestalten, dass es gut aussieht. Also ich weiß nicht, wie das ist, irgendwie Karten zu bauen, und dass das so halbwegs von der normalen Fahrerhöhe her ganz gut aussieht. Von hier oben ist es, denke ich, dann nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung. Weil man halt tatsächlich oft wirklich so baut. Das sieht dann genau aus der Perspektive, wo man ist, halbwegs gut aus. Ist dann auch performance-technisch ganz gut. Nur hier muss man zum Prinzip diesen Strang und diesen Strang jetzt hier so halbwegs in Einklang bringen. Vor allem sind nicht alle Häuser so hoch, dass man jetzt da nicht drüber hinweg gucken könnte. Oder muss man hinten noch weiter bauen. Und das, ach, da voraus sieht die Performance. Das ist eine tolle Sache. So, da hält auch der Bus da an der linken Seite. Und dann bremsen wir ganz gemütlich ein. Was ein bisschen eine Besonderheit jetzt hier beim Bremsen ist, ist es so busmäßig. Und zwar, ich fahre es hier Profi. Ich fahre es im Prinzip hier gerade mit meinem Lenkrad. Ich kann das gleich mal erklären, wenn ich euch ein bisschen mehr, naja, Skill an den Tag lege. Und zwar, ihr macht es einfach gleich mal beim Anfahren. So, haben wir denn alle, haben wir alle, haben wir alle, haben wir alle. So. Und zwar, also ich drücke jetzt hier quasi nach vorne. Dann geht jetzt über diese Schwelle hinweg. Und dann gehen wir so nach vorne. Und nach vorne ist im Prinzip jetzt dynamisch. Also je nachdem ich Gas gebe, so bewegt sich jetzt auch der Hebel. So, das ist jetzt mal der eine Punkt. Genau, hast du recht, hast du fein gemacht, hast du fein angesagt. Also beim Bremsen ist es jetzt so, dass es so ein bisschen der Omsi-Effekt zum Tragen kommt. Tatsächlich, das war es bei den anderen Schienenfahrzeugen bisher nicht so. Die ich in Omsi eigentlich bisher auch immer mit den Pedalen bedient habe, weil das so ein bisschen smooth ist. Das finde ich ganz angenehm. Das hat man so ein bisschen tatsächlich so eine Halbweg, so eine Hebelsimulation mit den beiden Pedalen da unten. Und ja, was soll ich das erzählen? Wenn wir uns das gerade mal zeigen. Und zwar ist das dann quasi beim Bremsen via Tastatur, das ist im Prinzip halbwegs einrassert. Also da kann ich schon ein bisschen testen. Also ich gehe jetzt mal nach hinten. Und wir sehen, der Hebel bleibt so. Ich bin jetzt komplett von allen Pedalen weg. Und mit dem Gas kann ich jetzt wieder bis nach vorne drücken. Das Hebel, genau, schwöre, ich kann das Hebel nach vorne drücken. Und das ist jetzt so ein bisschen die Besonderheit an der Sache. Also ich bremse jetzt immer quasi immer weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter rein. Und es bleibt jetzt so, wenn ich von den Pedalen weggehe, das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man irgendwie, weiß ich nicht, man hat irgendwie so direktes Feedback erwartet, hat es aber irgendwie nicht bekommen. Aber wenn man das weiß, dann kann man das natürlich auch irgendwie machen. So, da ist jetzt ein Bus, den würde ich mal ganz gerne. Eine 640, okay. Also auch ein bisschen KI-Linie, die hier kreuzen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Problem nicht. Sind irgendwie die Türen voll blockiert? Was ist das Problem? Ist das vordere Fahrzeug voll? Oder sie laufen ja auch tatsächlich zu den... Aha. Die entwerten. Also Fahrzeugverkauf habe ich in weiser Voraussicht ausgestellt. Was da ist, das Problem ist, weiß ich tatsächlich nicht. Naja, gut. Wollen Sie halt nicht alle einsteigen? Die warten auf die multiplen anderen Linien, die hier fahren, vor allem da oben ab. Vielleicht wissen ja nicht alle, dass eben der Bus unten abfährt. Hier ist nicht der Habicht, sondern das Landgericht. Genau. Was mir noch ganz kurz aufgefallen ist, was ich irgendwie ganz gerne zeigen möchte, was ich ein bisschen schade finde. Nicht das mit den Menschen, die kommen jetzt irgendwie nach, okay. Aber das ist hier der Teil mit dem Schwebemechanismus. Und zwar, wir zeigen Ihnen jetzt erstmal im Sollverhalten. Und zwar, die Bahn kippelt nämlich. So, das fährt jetzt hier die... Das Rad mehr oder weniger halbwegs auf der Rille. Jetzt kommt allerdings die Kurve. Was natürlich gut ist, dass die Bahn sich neigt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir nichts mehr halten müssen. Das passt schon. Jetzt die Bahn sich neigt. Das ist prinzipiell ganz gut. Allerdings ist jetzt der Drehpunkt, an der sich das Fahrzeug neigen kann. Jetzt haben wir gerade keine Kurve. Das ist natürlich schade. Es ist der Drehpunkt irgendwo in Fahrzeugnähe, um den sich quasi das Fahrzeug wippt. Jetzt sollte der Drehpunkt allerdings natürlich oben an der Befestigung sein. Das heißt dann, irgendwie, dass teilweise das Rad dann hat da so hinkippelt. Das werden wir gleich da vorne vielleicht nochmal sehen können, in der Kurve. Es ist bei kleinen Kurven fällt das nicht allzu stark auf, aber ich bin vorher mal testweise ein bisschen an eine größere Kurve rangefahren. und da fällt das dann doch ordentlich auf. Also hier geht es jetzt auch noch ganz gut, weil wir langsam sind. Okay. Werden wir mal bei Gelegenheit vielleicht irgendwo demonstrieren. Oder uns Verbremser Profis sind. Bitte nur in den hinteren Türen ein- und aussteigen. Da ist sicher. Guten Tag. Steigt hat der ein- und aus, wo er wollte. Sagt in der Fahrplan, der sagt, ist alles okay. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es mit dem Einsteigerprobleme gelöst kriegen, aber, hey. Ich meine, so ist es nun mal. Da kann ich jetzt halt irgendwie nichts dran ändern. Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, ne? So, weiß ich leider nicht, wie wir das jetzt irgendwie beheben können. Genau, Schwebebahn. Da haben wir ein bisschen Verfröhung noch mit drin. Aber bis wir da sind, passt das bestimmt. So. Die Ampel ist für die Gegenrichtung. Dann ist es entweder tatsächlich ein Vorsignal dann immer oder tatsächlich, dass wir nicht einfahren dürfen. Das hätte ich vielleicht sehen müssen. Ah, verkehrte rummontierte Büsche. Interessant. Ja, aber als Begrünung, das finde ich eine ganz kreative Verwendung. Immer so ein bisschen, ich gucke immer ganz gerne so rechts und links so ein bisschen auf den Map-Bau. Weil das sind teilweise auch irgendwie... Man muss ja teilweise auch um sie kreativ sein, um irgendwelche Sachen darstellen zu können, die halt so vielleicht nicht unbedingt vorgesehen sind vom Spiel. Und da ist sowas dann durchaus interessant zu sehen. Begrünung an Mauern. Okay. Warum nicht? Wechselt tatsächlich so viel Moos von oben runter? Ich vermute mal ja, sonst wäre das hier wahrscheinlich nicht so eingebaut. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt in der Realität so die Maximalgeschwindigkeit der Bahn, das haben wir es davor schon mal ein bisschen davon gehabt. Sind das irgendwie die 40 oder die 30 aus der Beta? War das technische Restriktion? Ich habe da ehrlich gesagt nicht ganz so viel mitbekommen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht allzu schlimm, weil es ist halt Ist-Zustand, so wie es ist. Und dann... Genau. Das ist eigentlich das eigentlich Relevante. So. Da ist noch Rot. Das werden wir natürlich irgendwie respektieren. Ja gut, das ist schon... Es ist schon schwierig zu steuern, muss ich sagen. Aber irgendwie passt das schon. Sonst haben wir wieder ein bisschen unseren Kloster losgeworden. Wir wollen trotzdem nicht mit. Naja gut. Wer nicht mit will, hat schon gehabt. Guten Tag. So ein paar Leute wollen auch einsteigen. Störung quittieren. Können wir natürlich auch machen. Wir könnten mal ganz kurz irgendwie weg und wieder ranschildern. Aber das muss auch irgendwie alles nicht sein. Das mache ich glaube ich auch mehr kaputt, als das ich will. So. Haltestelle Hausbahnhof. Da kann man Zug fahren, Bus fahren, einkaufen. So ist es. Ne, dann haben wir hier... Ich glaube, das ist jetzt so die... Das ist jetzt so der Umsteigemöglichkeit zu XYZ-Teil der Ansage. Interessant. Warum nicht? Kann man... Kann man durchaus mal machen. Ist nicht schlecht. So. Schwabbe-di-da-bbi-di-du. Die Mauern. Okay, dann vorsichtig einmal rüber. Ja gut, das sind jetzt hier nicht die riesengroßen Kurvenlagen. Ich glaube, damit kommt man einigermaßen klar. Vorne vielleicht wieder ein bisschen mehr. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so viel über Geschwindigkeiten gesehen, aber es gibt immer wieder so kleine Täfelchen wahrscheinlich, das mir nicht durchrauscht wie ein Irrer. Aber so aktuell passt es ja eigentlich noch ganz gut. Was auch generell eine schöne Sache ist, ist, dass das Spawn von der Bahn echt gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Sache. Kommen wir hier irgendwie so ein... Komm, da kriegen wir jetzt bestimmt so voll den dynamischen Screenshot hin oder so. Muss ich noch später dran denken. So. Irgendwas Dynamisches kriegen wir da hin. Dass das Spawn echt gut funktioniert, also das ist nicht wie bei den Straßenbahnen beispielsweise, wenn man die versuchen möchte, dass man da irgendwie mal Glück haben muss. Sondern die spawnen hier tatsächlich ordentlich an ihren Spawnpoints drauf. Und, ja, spawnen da schön drauf, fallen dann quasi irgendwie auf das Ding. Es sieht zwar nicht immer so wunderschön aus, aber es funktioniert halt in allen Fällen und das ist, da finde ich, irgendwie die Hauptsache. Also einmal einsteigen bitte. Schönen guten Tag. Achso, wir haben ein bisschen Verfrühung. Oder habe ich auch eine Alternative? Ich habe gar keine alternativen Ansichten. Das finde ich jetzt schade. Man hätte zum Beispiel, es gibt da bei den Bussen diese Cache-Desk-View, also wo man dann quasi mit irgendwelchen Tasten auf der Tastatur da hinkommt und, ach, immer noch was anderes. Ich glaube ich, Timetable oder sowas. Also für den Fahrplan und für die Kassieransicht hat man ja spezielle Tastenkombis. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Fahrplan hängen, was mir zum einen irgendwie fehlt. Den hätte ich ganz gerne da. Trotzdem zur Kontrolle, auch wenn es irgendwie nicht in die Bahn passt, aber irgendwie hier vielleicht. Irgendwie hat sie das halt mit dargestellt wird. Und man hätte diese Sichten ja vielleicht zweckentfremden können, dass man zum Beispiel jetzt hier mal ranzubt, weil ich hätte... Sieben Minuten Verspätung. Ich glaube nicht. Achso, das ist mit An- und Abfahrt. Okay, das ist irgendwas nicht ganz so richtig. Dass man so einmal ganz kurz irgendwie da drauf flugen könnte, weil das ist halt schon sehr klein. Das sehe ich jetzt auf meinem Monitor nicht. Gut, ich habe jetzt nicht den Riesenmonitor des Todes, aber... Und das ist übrigens hier ein Fahrplanfehler. Da wird wahrscheinlich die Ankunfts und die Abfahrtzeit irgendwie... Wurde nicht irgendwie so ein bisschen... nicht ganz so ordentlich. Ach komm, ein bisschen können wir noch vor. Ach, ich kann das nicht mit dem Bremsen. Busfahren klappt besser. Guten Tag. Ähm, da wird die Ankunfts und die Abfahrtzeit ein bisschen versemmelt. Also wir sehen ja 9... Was soll ich das? Echt 18. Vor 29 gelesen. Guck einfach mal weiter. Fahren wir mal weiter. Abfahrt haben wir ja. Und dann können wir auch einmal hier raus. Aber cool, dass das umschaltet. Das finde ich eine coole Sache, dass das Display quasi immer so automatisch... Hier ist nicht der Robert-Flauen-Platz, sondern der Robert-Daumen-Platz. Genau so ist es. Da links ist ein bisschen... Ja, das ist kein E-Verkehr. Ich weiß auch wirklich nicht, wo die Buslinien hier lang laufen. Aber ich glaube, die... Ja, werden schon hier irgendwo sein. Werden wir ja alles dann sehen. Schauen wir uns dann alles die Tage an. Weil auch immer die Tage ist, das ist jetzt erstmal ein relativ... ...willkürlich gesteckter Zeitraum. Aber es passt schon. So, hier haben wir rumgeschwebt. Und fahren wir da einfach vorsichtig. Jetzt versuche ich immer ein bisschen, nicht ganz so schäbig zu bremsen, aber das ist echt... Das erfordert Übung. So gerade mit den Pedalen, wenn man quasi diese Simulation von den... ...von den Tasten da drin hat, ist das irgendwie... ...nicht ganz so easy. Aber gut. Wenn man es drauf hat, da kann man natürlich mit den optimalen Zeitpunkten feststellen, da kann man einfach loslassen und dann bremst du es automatisch ganz schön. Das kann ich jetzt nicht. Jetzt hat sich der Fahrplan auch... Genau, jetzt hat der Fahrplan noch wieder gefangen. Die Frage ist, warum ich jetzt hier rot habe, weil eigentlich bin ich ja pünktlich... Laufen die nach Fahrplan oder nach was laufen die Signale? Wenn die nach Fahrplan laufen, dann müsste ich jetzt halt wieder irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten warten, weil ich ja zu früh bin. Ah ne, guck mal, ich darf fahren. Uiuiui. Ohm, sie schienen ein Fahrzeug. Okay, das kriegen wir jetzt echt nicht weg. Ähm, das ist natürlich jetzt eine kritische Sache. Ähm... Wie kriegen wir das denn in den Griff? Hm. Okay. Ähm, das hatte ich auch schon mal bei einer Straßenbahn tatsächlich. Mal gucken, ob das irgendwie dich abnimmt. Also, der hintere Teil hat es nicht. Pizzalozzi-Straße. Nein, Pizzalozzi-Straße. Vielleicht mal ganz kurz den Fahrteil wechseln. Ist das ein Fahrzeug oder wie ist das deklariert? Hm. Ich guck mal ganz kurz danach. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, einfach gleich wieder. So, guck mal, da haben wir es auch wieder. Ähm, yay. Also, irgendwie nur so klein, temporär auf dem kleinen Streckenstück. Von dem passt das ja alles. Also, können wir uns jetzt weiter irgendwie auf den Weg begieben und weitere tolle Dinge auf der Karte entdecken. Mal gucken. Also, ich habe jetzt leider nicht ganz so viel Cooles zur Karte zu erzählen. Ich habe mir jetzt gerade vorher in der Installation schon mal ein bisschen beim Carsten reingeguckt. Ähm, der kann da relativ viel drüber erzählen, weil der auch mal anscheinend kurze Zeit in Wuppertal gewohnt hat und die Strecke auch so ein bisschen kennt. Hab natürlich ein bisschen mehr über die Strecke zu sagen. So, das war gerade kurz grün irgendwie. Na, das passt schon. Was sagt jetzt die Verspätung? Die sagt, boah, das passt schon. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt. Wir hatten da fast eine Minute, glaube ich. Jetzt ist wieder alles in Butter. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein serialer Fahrplan ist oder nicht. Aber es lässt sich, glaube ich, eigentlich ganz gut machen. Also, es müsste echt jetzt kein großes Problem sein. Judele. Haken vielleicht ein bisschen stark jetzt gebremst, aber so gegen Ende ein bisschen lose werden. Da passt das schon. Guten Tag, einmal einsteigen, bitte. Hallo. Ja, wir müssen ganz weit nach vorne laufen, weil das ganz wichtig ist, weil das halt so ist. Vorne sind die, keine Ahnung, woanders ist das Gras immer grüner und Luft frischer und Fahrkarten billiger. Ach, keine Ahnung. Irgendwas wird das schon sein. Wird schon seine inneren Gründe haben. So, Plongroing, nächster Halt. Alle klatschen in die Hände. Festende. Genau. Okay, das sind ja tatsächlich auf der Linienkarte, die ich jetzt nicht mehr ein bisschen offen habe zur Orientierung. Gut, das sind kleine Nicht-Alle-Haltestellen drauf. Das sind die ganzen Knotenpunkte. Boah, super. Da kann man sich da auch so ein bisschen dran orientieren. Schweb, schweb, schweb. Aber so im Großen und Ganzen muss ich jetzt ehrlich schon mal so ein kleines Vorfazit ziehen. Macht die Map tatsächlich schon mal einen soliden Eindruck. Joa, Tatsache. Mit der Bahn lässt sich angenehm fahren und das sieht doch alles in allem echt ordentlich aus. Ansonsten, bevor wir da... Ich muss in jeder Folge, in der ich irgendwas präsentiere, betreibe ich jetzt schon mal quasi im Video Prävention. Und zwar... Es steht ja oft in den Kommentaren, würdest du mir empfehlen, dass ich mir dieses Add-On kaufe, würdest du das empfehlen? Ich denke mir immer, ihr seht in dem Video im Prinzip zum einen den Umfang, den versuche ich ja so ein bisschen darzustellen, zum einen natürlich durch zeigen, zum anderen so ein bisschen durch erklären. Da seht ihr den Umfang des Add-Ons. Den Rest, so wie das Ganze gemacht ist, wie die Sachen umgesetzt sind, das seht ihr in den einzelnen Videos. Also hier seht ihr das quasi Umsetzung der Karte von oben und das Umsetzung der Schwebebahn, so wie der Schwebebahnlinien und sowas. Das sieht jetzt hier in dem Fall. Oh, aber knapp. Und die Umsetzung der Buslinien später. Das sind alles Sachen, die könnt ihr sehen und ihr seht die Sachen, die vielleicht schick sind. Ihr seht vielleicht die Feder, die noch mit dabei sind. Und da ist es eigentlich wie immer im Leben, eine persönliche Abwägung zu sagen, überwiegen für mich jetzt die Teile, die ich gut finde, gegenüber... Lecker, lecker, fahre, Speckerstraße. Genau. Überwiegen ja jetzt irgendwie die positiven Teile gegenüber zum Beispiel jetzt den Fehlern, die jetzt da irgendwie auffallen. Stören mich die Feder so stark, dass ich sage, nee, das ist nichts für mich. Oder sage ich, ja, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür gebe ich jetzt so und so viel Geld aus und das ist in Ordnung. Und das, weiß ich nicht, ist irgendwie immer so meine Message, weil ihr seht im Prinzip, was ihr bekommt und das ist jedem eben sein anderes Bild, ob er genau das mag, ob er dieses Preis-Leistungs-Verhältnis von der Qualität her gut findet, ob er das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Menge geboten gibt, die jetzt hier an Strecke angeboten wird. Da unterscheiden sich ja sämtliche Addons immer relativ stark voneinander und deswegen ist es da irgendwie immer schwierig zu sagen. Ja, man kann natürlich persönlich sagen, also ich für meinen Fall würde sagen, das ist cool oder so, das mache ich, das entspricht jetzt genau meinem Geschmack. Da sage ich jetzt bei meiner Abwägung, okay, das ist in Ordnung. Aber ich finde sowas ist immer echt schwierig zu übertragen, wenn man hört, für was manche Leute zum Beispiel Begeisterung fassen können und andererseits, wo ich denke, Alter, das ist voll geil, wo dann andere Leute sagen, ja, das finde ich absolut blöd aus Grund XY. So, solange man halt auch immer sagen kann aus Grund XY, das finde ich immer mit das Wichtigste, dass man da irgendwie so einen Grund dran hat. So, erstmal eine Moralpredigt halten im Let's Play, das ist immer eine tolle Sache. Gucken wir mal, genau, und am Zoo. Das heißt, wir haben uns im Prinzip schon getrennt von der Linie 611, die wir uns da zuerst anschauen werden. Und es ist jetzt erstmal quasi Exklusivbereich, den wir jetzt vielleicht noch einmal sehen werden, das ist mit der Schwebebahn eben, den wir jetzt nicht mehr sehen werden, in der Busfolge. Das ist so ein bisschen aufsplitten, ich weiß es auch gar nicht. Kann ich es mal ganz kurz, ich kann mal ganz kurz gucken. Die 611, oi oi oi. Da werden wir ungefähr eine Stunde unterwegs sein. Das hört sich nach Spaß an. Okay. Ich werde mich drauf gefasst machen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das passt schon irgendwie. Was ist die Linie mit der Fahrzeit von 30 bis 35 Minuten echt gut? Und vor allem merkt man, wir fahren relativ viel gleichen Linienweg ab. Man kommt so tatsächlich wesentlich schneller voran. Weil du stehst in keiner Ampel, du stehst vor allem auch in keinem Stau. Und du hast eine relativ, sagen wir mal, feste Zeit an den Haltestellen, weil du eben keine Fahrkarten verkaufst. Natürlich kann das, durch die Überfüllung manchmal ein bisschen länger dauern, der Aufenthalt. Aber es ist ja einigermaßen brechenbar. Im Vergleich jetzt tatsächlich zu den, ja, zu den Buslinien. Deswegen ist es eigentlich ein ganz schickes Verkehrsmittel. Aber ich vermute mal, ihr sind nicht teuer im Unterhalt. Also nicht im Unterhalt, sondern auch im Bau. Ja, deswegen vielleicht jetzt nicht unbedingt für jede Stadt so geeignet. So, Anbrems-Skills vorhanden oder nicht? Ne, nicht so vorhanden, okay. Aber passt schon. Ich glaube, die Leute kommen damit klar. Okay, das ist also ein Schwieger, das heißt, man hat die jetzt entweder, man drückt den Knopf quasi immer einmal runter. Okay, das ist gut zu wissen. Führerstandsleuchte. Okay, Licht. Das ist im Prinzip eh, also aufrüsten ganz kurz irgendwie, falls das irgendwie zu kurz gekommen ist. Aufrüsten kann man das irgendwie im Prinzip wie so einen normalen Bus, also mit den normalen Tastenkombinationen. Das passt dann schon, dann fährt das Ding auch. Ich bin ja auch schon mal ganz kurz auf der Gamescom eine kleine Runde gefahren. Mit der Schwebebahn, das ist ja schon ein bisschen her. Hab da jetzt... Wo sind wir hier? So ein Bornerstrasse. Genau, echt, das war kurz, ich hab rausgeklickt. Das war keine Unterbrechung in der Ansage. Habe ja schon ein bisschen rumprobiert, das Ganze zu fahren. Da war, wie gesagt, noch die Limitierung auf 30. Und irgendwas anderes wollte ich auch noch erzählen. Ich hab's jetzt vollkommen vergessen. Keine Ahnung. Ach genau, da war das genauso intuitiv, da war das ganz gut, weil da hatte man ja keine Anleitung, kein Nichts, hat noch kein Video gesehen. Und da war das ganz gut, einfach zu sagen, okay, probier einfach mal die Standarddinger aus. Dann hat das auch funktioniert. Das war so mein Aha-Moment. Um uns rauszufinden, aha, so funktioniert das Busse sowieso. Die sind ja sogar im Handbuch erklärt. Da muss ich mich vielleicht mit dem Kassensystem oder mit dem Ibis noch ein bisschen beschäftigen. Aber ansonsten, ah, guck mal, wird sogar grün. Aber so im Großen und Ganzen ist das halt eben ein C2. Und, joa, gucken wir einfach mal. Ist auch wieder gebaut von Darius und macht auf den ersten Eindruck, also hat sehr viele Ähnlichkeiten auch mit dem Bus aus dem Hamburger Buspaket mit dem C2. So, da ist aber ordentlich was los, gell? So, so wird das aber langsam. So, ja, ich stecke gleich nochmal hier ein. Was sagt denn der Fahrplan? Was spricht er mit mir? Hallo, guten Tag. Zwei, ein Viertel Minuten. Bin ich so langsam gefahren. So, Hammersteinbruch und dann sind wir auf einem Vorwinkel, okay. Ja, so im Rahmen dessen, wo sie halt einsteigen wollen. Was ist da echt das? Ich habe keine Ahnung. Aber da wollen wir uns jetzt erstmal nicht dran aufhalten, sondern, joa, nö, haben wir ja einmal angemerkt. So, Klonboin. Genau, da haben wir noch eins, zwei und einen dritten Halt sind wir dann da. Okay, dann haben wir jetzt im Prinzip einmal so einen kompletten Überblick über den Teil der Karte gesehen, wie gesagt, ungefähr eine Stunde Fahrzeit hat dann die andere Buslinie, mit der wir dann quasi den restlichen Teil abfahren werden. Ob wir dann jetzt noch irgendwie parallel mal zur Schwebebahn noch eine Buslinie fahren, das werde ich mal, keine Ahnung, mir nochmal überlegen. Aber das sind jetzt im Prinzip erstmal so die groben Eckdaten. Das ist so der Umfang und jetzt fahren wir hier noch über eine Strache, okay. Das ist hoffentlich auch kein Haus irgendwie höher, als wir gucken können. Ach, gucken wir mal die Leute. Sehen aus wie zufriedene Fahrgäste, finde ich gut. Die stehen aber sehr nah, gell? Das ist wie so ein Glashaus, das ist halt so ein normales, normales, ja, Bahnfahrerproblem, ob es jetzt Schwebebahn oder Straßenbahn ist. Und die Leute wollen nach vorne rausgucken, so ist es halt einfach. Irgendjahrsfahrgast hat man so ein bisschen Anspruch, ein bisschen so, Zeit ziehen und so. Und selbst nicht, wenn man auch aus der Gegend kommt, ist es, finde ich persönlich, auch immer echt schick, wenn man so ein bisschen was sieht von der Umgebung. Also ich setze mich teilweise bei uns in die neuen Stadtbahn auch immer ganz gerne. Hinten hin, da ist so ein schönes, großes Panoramafenster. Also nicht so wie hier, das ist jetzt ein richtiges Panoramafenster. Aber da ist es so eine Andeutung eines Panoramafensters und da sieht man relativ schön raus. Man darf nicht rechts-links klicken. Also was man nicht machen darf, ist jetzt versuchen mit rechts oder links die Sichten zu verändern, weil es gibt keine andere Fahrersicht. Was ich jetzt schade finde, ist, dass das hier rot ist. Das verstehe ich irgendwie nicht. Nach welchem Algorithmus hier das irgendwie gesteuert ist. Ja, also nicht, dass wir Verspätung hätten. Ich fahre dann mal. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, nach was das... Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht, wegen welcher Rot gefahren bin. Aha, das war die Ansage. Okay. Öh. Ach, okay. Straße ist zu Ende. Schick. Jetzt geht es hier anscheinend über... Ach, guck mal, eine Autobahn. So, die Leute, die sich auskennen, die wissen bestimmt, ob es hier stimmt oder nicht. Auf jeden Fall fährt man sich über die Autobahn. Okay, wir können auch ein bisschen abgeriegelt über den... über die Brücke, dass man da nicht rüber gucken kann. Das ist ganz gut gemacht. Aber das heißt ja auf jeden Fall, schau mal, dass wir hier nicht parallel zur Schwebebahn fahren können. Jetzt als Buslin. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall auch so ein bisschen eine andere Sicht der Dinge, was ich dann ja vielleicht auch wieder lohnen würde, das mal anzuschauen. So im Prinzip. So, tukka, tukka. Da unten ist rot, aber das Tolle ist uns relativ egal. So, dann bremsen wir ein bisschen. Ach, der ist ein bisschen früh, gell? Ach, egal. Na, aber gemütlich. Wir haben ja... Ja, haben wir nur ein bisschen Verspätung. So, dann war das jetzt quasi auch schon unsere vorletzte Haltestelle. Mal auf damit. Guten Tag. So, haben wir alle, haben wir alle, haben wir alle. Abfahrt. Und dann würde ich sagen, ist das doch eigentlich Zeit für so ein klitzekleines Fazit meinerseits. Also ich muss sagen, mappbautechnisch bin ich positiv überrascht. Das habe ich so tatsächlich nicht erwartet. Es wurde halt dieses Mal tatsächlich ein bisschen Wert drauf gelegt, dass man, also versucht, nicht so einen riesengroßen Bereich nachzubauen, sondern eher so ein, ja, klein, also in Anführungsstrichen kleineren Umfang. Das ist natürlich eine Buslinie von einer Stunde und der so quasi ein Schwebebahnbereich, der komplett unabhängig, also teilweise unabhängig davon nochmal Aufwand macht, ist natürlich trotzdem jetzt erstmal eine existente Größe. Also dafür bin ich positiv überrascht. Fahrverhalten der Schwebebahn gefällt mir auch ganz gut. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das mit dem Kippeln in der Kurve. Können wir uns hier vielleicht nochmal anschauen. Genau, das geht hier halt voll raus. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Das sind so Sachen, das glaube ich, kann man ganz gut lösen, indem man den Kipppunkt halt irgendwie nach da oben verlegt. Das wäre halt so eine Sache, das würde ich mir echt noch wünschen, weil das sieht, ja, mittelmäßig aus. Also KI funktioniert ganz gut. Habe ich schon ein paar Mal welche von hinten gesehen, die nicht ganz so zu sind, aber so ein großes und ganz profisiert das auch. Und ja, Busse sind halt eben sehr wieder ähnlich entnommen wie aus dem Add-on. Es hat ein anderes Kassensystem wahrscheinlich drin, der LE natürlich ein bisschen umgebaut, vom Gelenkbus weiß jetzt nicht, was da großartig anders ist. Es ist halt ein Dreitürer-Gelenkbus beispielsweise. Hier ist erst Bruch. Hier ist erst Bruch. Aber wir nehmen mal eins davor. Autschi. Ups, das ist ja nicht irgendwie das ein bisschen peinlich. Naja. Genau, was mich halt zusätzlich vielleicht noch einen Ticken stört, ist eben das hier mit den Fahrgästen. Das sieht man jetzt von hier natürlich irgendwie nicht. Aber man fragt sich natürlich schon irgendwie, was da los ist. Mit dem Abstempeln brauche ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich eine Schwebebahn. Falls das so ein Problem wird, ich habe mir das aber noch gar nicht angeschaut. Weiß nicht, wie das ist. Jetzt haben wir mal die eine Sache und ja, ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass das die Beta-Version ist. Ja, da machen wir mal eine enthalte Stelle. Okay. Weil ich habe jetzt hier eben die, also offiziell ist das noch in Steam gelistet als Beta-Testing-Version. Oh, hier kann man es aber wissen, das finde ich jetzt ein bisschen, da hätte man ein bisschen was machen können, so mit höheren Bäumen, die sind ja mit Dings versunken, da sieht man da vielleicht nicht raus. Ob das jetzt irgendwie Sachen sind, die vielleicht in der Release-Version nicht mehr drin sind. Ich vermute aber mal nicht, dass da bis morgen noch irgendwas kommt. Aber ich hoffte einfach mal irgendwie darauf, dass da jetzt nicht nur ich sage, ich finde das Patch-Würdig sondern auch noch andere. Aber so im Großen und Ganzen haben wir es, will ich sagen, den Umfang gesehen. Sind da vorne wahrscheinlich auch gleich da. Ist tatsächlich noch ein bisschen okay. Heißt aber, die haben echt einen nicht ganz so dichten Haltestellenabstand. Gut, ist natürlich auch nicht die Konkurrenz zum Bus, von dem her ist es wahrscheinlich auch ein bisschen sinnvoll, dass das eben so ist. Ja, genau, was anscheinend in letzter Minute noch ein bisschen korrigiert worden ist. Ach ne, die steht in der Gegenrichtung. Okay. Ist das mal ein bisschen hier die Gehweg-Texturen angepasst hat, die vorher noch ein bisschen unscharf waren. Die sehen jetzt ganz schick aus. Und genau. So, das war jetzt mein erstes Fazit. Ich habe, wie gesagt, die Entwicklung jetzt nicht allzu stark verfolgt. Habe wahrscheinlich relativ viel mitschauen können, aber ich habe auch relativ spät mit erst angefangen, Videos anzuschauen. So, wir sind ein bisschen zu spät. Das ist halt irgendwie so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie fänden wir da drehen. Steigen alle aus? Steigen sogar alle aus? Gucken wir mal. Dann drehen wir da vorne auch nochmal ein bisschen. Haben wir das auch mal gesehen. Sonst haben wir halt noch irgendwie fünf Minuten. Okay, das ist aber okay. Aber dann kann ich, glaube ich, leben. So, es ist irgendwie das finde ich mit langsam fahren. Und hier schwebt man wahrscheinlich auch dann ganz gerne mal aus der Fassung raus. So, da steht noch ein paar alte. Ah, ist die süß. Die alte finde ich cool. Das darf man jetzt irgendwie nicht einfach so rausschneiden, weil das hört sich, ja, seltsam an. Also, das war jetzt so meine kleine Vorstellung. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle nochmal bei Aerosoft fürs zur Verfügung stellen des Keys. Und, jo, ansonsten eben morgen dann am Donnerstag ein weiteres Video und das Add-on für alle. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs dabei sein und, jo, bis. Dann dann, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.